Volfi Rest ist eine Firma, die aus Spanien kommt und sich seit über 15 Jahren mit der Vegetationsbrandbekämpfung beschäftigt. Angefangen haben wir mit dem Gorgui Multifunktionswerkzeug. Auch das kennen bereits viele von euch und haben uns jetzt vom Schuh bis hin zum Löschfahrzeug entwickelt. Wir bieten jegliche Lösungen im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung, aber auch im Bereich der Werkzeuge an und man muss ganz klar sagen, unsere Sachen sind erprobt von Feuerwehrleuten, speziell für euch entwickelt. Das Zweite, was ich mitgebracht habe und was ganz viele von euch bereits kennen, ist der Löschrucksack. Das ist unser meistverkauftes Produkt. Wir haben das in 70 Ländern, dass wir überall diesen Löschrucksack verkaufen. 19 Liter Inhalt mit einer Doppelhubpumpe, das heißt ich kann immer Wasser geben, egal was ich möchte. Ich kann zwischen Sprüh- und Vollstrahl unterscheiden und ich habe eine externe Wasserblase innen drin, die ich leicht auswechseln kann bei einem Defekt und habe einen sehr guten Tragekomfort durch einen Hüftgurt und durch die Schultergurte, so dass sich unsere 19 Liter Wasser, die wir auf dem Rücken tragen, auch wunderbar verteilen und wir diese auch über einen längeren Zeitraum tragen können. Also pro Hub bist du bei ungefähr einem halben Liter, den wir rausgeben. Das Ziel dabei ist es natürlich nicht so schnell wie möglich das Wasser abzugeben, sondern sehr dosiert in Kombination mit einer Feuerpatsche, so dass wir möglichst lange arbeiten können. Bei der Flamme die Hitze rausnehmen und die Feuerpatsche dann im Trupp die Nacharbeit erledigt und wir damit viele Meter machen und diesen natürlich auch wunderbar bei Nachlöscharbeiten einsetzen können, wo wir dann das Wasser zusammen mit einem Werkzeug kombinieren und auch eine tiefe Eindringtiefe haben, so dass wir auch Nachlöscharbeiten wunderbar, sehr flexibel und mobil durchführen können.